Wie haben wir früher das Lehren und Lernen organisiert? Wie haben sich die Lernräume verändert und was ist für die Zukunft zu erwarten? Die Vergangenheit sah so aus. Ein Lehrer dominierte das Geschehen, die Lerner befanden sich in übersichtlich gestalteten Lernräumen und die Vermittlung des Lernstoffes erfolgte in einer Richtung, vom Lehrer zum Lerner. Und so sah das in der Praxis aus. Ein Wissender las vor, die Unwissenden saßen vor ihm und waren mehr oder weniger aufmerksam und noch bis vor kurzem sah das ganz genauso aus. Vor der Lehrer, vor ihm die mehr oder weniger unaufmerksamen Lerner. Das änderte sich erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts. Die Lehrer wurden moderner, Sitzordnungen wurden verändert, sodass kooperative Ansätze möglich wurden, doch die Richtung der Inhaltsvermittlung und Erschließung blieb zumeist gleich. Und ehrlich gesagt, eigentlich war alles wie zuvor. Die Lehrkraft stand vorn und belehrte die Lernenden. Doch dann zur Jahrtausendwende die große Veränderung, das Internet. Nun konnte plötzlich jeder mit jedem vernetzt werden und nach einigen Jahren wurde diese Vernetzung durch die sozialen Medien und neue Technologien noch einfacher. Und über allem thront die größte Suchmaschine und gestaltet den feilschnellen Zugriff auf das, was früher nur der Lehrer wusste. Daher sieht das Lernen unter Einbeziehung des Internet heute anders aus. Eine feste Sitzordnung gibt es nicht mehr. Kooperation unter den Lernern oder in kleinen Lerngruppen gehören zum Standard. Die Nutzung und Diskussion von Videomaterialien aus dem Netz ist zur Normalität geworden. Über die sozialen Netzwerke werden Erkenntnisse verbreitet, auch als Audio oder Video. Und interaktive Web-Tools dienen zum Festhalten von Ergebnissen. Und die Lehrer? Sie haben keine feste Position mehr. Sie beraten, wo gewünscht, sie helfen, wo nötig und assistieren, wenn gewollt. Sie werden zu flexiblen Lernbegleitern. Und schon bald werden diese menschlichen Lernbegleiter Unterstützung bekommen. Von humanoiden Robotern, die ihnen noch mehr Freiräume für eine intensive Betreuung ihrer Lerner ermöglichen. Der Lernraum der Zukunft bei uns schon jetzt Realität sieht zwar chaotisch aus, ist aber geprägt von Interaktivität, Kooperation und einem Höchstmaß an sozialen Kontakten. Ein Lernort, an dem das Lernen Spaß macht. Übrigens auch uns Lernbegleitern. In diesem Sinne, besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.